Leute, gibt es noch Menschen da draußen, die auf X-Defined warten oder habt ihr die Hoffnung aufgegeben, seid ihr so gefrustet, dass ihr sagt, ich habe sowieso keinen Bock mehr zu warten, die Kritik ist verdammt hoch, dass es Ubisoft bis heute nicht geschafft hat, dieses Spiel zu releasen oder eigentlich schon das Ende des dritten Quartals soll das ja glaube ich schon kommen oder Anfang des vierten Quartals soll das kommen und es wurde eigentlich eine ganz, ganz peinliche Nummer, weil das so groß angekündigt wurde. Ich gehe davon aus, dass es immer noch eine Menge Leute gibt, die darauf warten und es gibt Neuigkeiten. Die Neuigkeiten sind schon so vier, fünf Tage alt, ich habe es jetzt erst geschafft oder überhaupt daran gedacht, mal ein neues Update rauszuhauen, das ist schon eine Weile her, das letzte X-Defined Video, aber es gibt Neuigkeiten und dieselben Neuigkeiten gab es vor einigen Monaten auch schon mal, dass es einen Release Zeitraum gibt, eine gewisse Zeitspanne, in der das Spiel kommen soll. Jetzt gibt es Neuigkeiten, ich möchte euch den Post einfach mal zeigen oder einer der vielen Posts, einer der vielen Newsquellen, die genau das berichtet haben, denn Ubisoft hat durchblicken lassen, dass vor April oder vor dem 31. März X-Defined endlich released werden soll. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeitspanne von heute, ist der 14. Happy Valentine's Day, wo ich das aufnehme, aber am Mittwoch kommt glaube ich das Video erst raus, nein, am Donnerstag, also am 15. Februar kommt das Video erst raus. Also zwischen dem 15. Februar und dem 31. März, also haben wir circa sechs, sechseinhalb Wochen Zeit, bis das Spiel wohl angeblich released werden soll. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele warten überhaupt noch, habt ihr überhaupt noch Bock zu warten, macht es überhaupt noch Sinn? Mittlerweile ist es ja so, dass man, also viele haben ja geglaubt, als eigentlich X-Defined Final released werden sollte, war ja auch der Release vom neuen COD und dann hieß es, oh, wieder ein Delay, es wird wieder verschoben. Da dachten viele, naja, wahrscheinlich, weil jetzt gerade große Konkurrenz irgendwo gerade neue Sachen released. Call of Duty, eine neue Season von Apex Legends kam, Season 19, also wir sind schon drei Monate zurück, erinnere ich mich dran, weil Apex Legends halt, jetzt haben wir es drei Monate später, das Spiel ist immer noch nicht draußen. Es kann eigentlich nicht an der Konkurrenz anderer Publisher gewesen sein, also es kann daran nicht gelegen haben. Sollten wir also davon ausgehen, dass es wirklich ingame irgendwo so viele Probleme gibt, dass das Spiel nicht stabil läuft, die könnten es wahrscheinlich schon lange raushauen, aber ich glaube, sie wollen es so perfekt wie möglich und wer weiß, was sie alles nicht hinbekommen. Es ist leider wirklich eine sehr, sehr peinliche Nummer, dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass es ein kostenloses Spiel ist, wir noch keine 60 Euro irgendwie rausgeballert haben oder 80 Euro, weil wir irgendeinen Vorbestellerbonus wollten. Von daher sehe ich das persönlich nicht ganz so eng, aber ich verstehe jeden, der sagt, boah, weißt du, eigentlich könnten sie sich sparen, ich zocke jetzt was anderes, aber dennoch bin ich überzeugt, alle, die drauf gewartet haben und sagen, kein Bock mehr, wir werden es trotzdem testen und wenn es dann nicht flasht, naja, dann wissen wir, warum wir so lange, also dann war es nicht so schlimm, dass wir gewartet haben. Egal, ihr wisst, was ich meine, Leute, gibt es nochmal irgendwelche Informationen, irgendwelche Neuigkeiten zu X-Defined, bleibe ich natürlich dran, ich halte euch auf dem Laufenden natürlich weiterhin wie bei Apex Legends, das war es von mir, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, ciao.